Sollen wir mal mit den Leuten reden, ob wir den Schiedsrichter holen? Probier's mal. Don't shoot, don't shoot. Let's kill the referee, the juggernaut. Ah, okay, okay. Don't shoot, don't shoot. Kill it random, kill it random. Ja, ich überlege auch gerade, was mach ich denn jetzt? Nein, nein, wir kommen ja anders. Guck. Das gibt's ja nicht, ja, wir schauen mal. Das sind solche Schnitzer, wirklich. Die haben so ein... Wir gucken Helge Schneider zu. Geil gelaufen, ja? Kann man machen. Jo Leute, wie geht's euch und willkommen zu einem neuen Warzone 2 Video. Ich habe heute für euch einen sehr geilen Waffen- bzw. Klassen-Tipp hier in Warzone 2 für euch. Und auch ein sehr schönes Gameplay. Spaß mit Akku gehabt zusammen. Mal gucken, ob wir den Win geschafft haben oder nicht. RPK, hier ist die Klasse. Ist ein LMG, so ist die Klasse, die viele auch empfehlen. Einmal schnelles Tuning. Hier der Griff, das VLK-Visier, der Schaft und der Griff. Kombiniert mit der Wasnev 9K, die auch sehr stark ist. So sieht die Klasse aus. Das ist mein Tuning. Man kann die Klasse auch anders spielen, aber ich fand sie so ziemlich nice. Hier noch der Schaft. Und hier der Griff. Wenn ihr Bock habt, auch auf mehr Tipps, was ich euch empfehlen kann, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es gibt auch noch einiges zu Settings und was man so umstellen kann, dann mache ich auch nochmal ein Video zu. Lasst natürlich sehr gerne auch ein Abo auf dem Kanal da. Wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt und auch Bock auf die Gameplays habt, schaut im Stream vorbei. Link in der Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, wir müssen mal irgendwie, also ich fand da oben halt ganz nice, wollen wir mal den Ort und dann so runter rotieren zu unserem... Können wir machen. Achso, das ist Tarak, die Map, ne? Und wo ist dann jetzt hier Rust? Hab ich immer noch nicht kapiert. Wo bist du gelandet? Da, okay. Bei mir oben. Da auch ein Team. Bei dir, ja. Der ist grad runter, hat Dreierweste. Bei mir ist einer. Geh weg, geh weg. Nimm doch die... Er nimmt die Waffe nicht. Warte mal, ich hab ne Idee. Schaffen wir aber. Ich mach Rache, Max. Zack! Team heute mit der Bombdrohne. Nein! Brauch Emmo von dem bitte. Könnt ihr? Hat keine Emmo. Was? AR, oder was? Äh, ja. Drei Schuss, AR, ja. Das ist wirklich so überfordernd, weil man ja erstmal so alles... Okay, wo können jetzt hier Loot-Sachen sein, so. Kann man den vielleicht snipen? Das ist ein bisschen sehr weit weg. Jemand ist in der Mitte von der Map. Beim Richtung Einkaufswagen. Hier so. Da ist grad meine Mine reingelaufen. Ja, was wollen wir machen? Wollen wir eine Drohne kaufen? Können wir machen? Äh, ja. Gebt eine. Guck mal dein Geld an. Das war dann mit R alles, ne? So. Ist so komisch. Mit R droppst du all dein Geld, aber kannst ein Magazin droppen. Der ist gequittet. Ja, dann lass doch hier darüber. Ja. Warzone kann man gerade halt noch schön entspannt spielen. Das gefällt mir. Ja, ich glaube so actionreicher wird es irgendwie glaube ich nicht. Außer die erhöhen irgendwie an die Spielerzahlen. Ja. Kann ich. Ja. Darf halt wirklich nur bei Hotspots landen. Aber was ist hier ein Hotspot? Ja, die City wahrscheinlich und ähm, Observatorium. In der Mitte der Map ist halt immer wahrscheinlich viel los mit Observatorium und Hydro. Ich habe jetzt halt einen riesen MG und der Sniper dabei. Stopp. Ja, wir können uns jetzt hier das Ding machen und können nebenan eine Primärwaffe kaufen. Ist auch schon geloot. Äh, Gegner. Zwei. Ja, sehe ich. Einer fasst down. Ich aber auch. Einer muss close by design. Ich sehe den zweiten. Der ist irgendwo links. Der zweite ist da drin, ja. Der ist oben drauf bei dir. Hab ihn. Muss gut teilen. Der andere ist hinter mir. Nein. Mach selbst was. Hab ihn, hab ihn. Hab dich. Nein. Ich hab die Pistole. Ah, du hast selbst. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob die abbricht. Ist der hier, RPK? Aber ich habe, ich merke diese Sarkin kann auch ordentlich reinballern. Ich bin mehr Waffe, die RPK halt. Ich bin mehr Waffe, die RPK halt. Gern. Eigene Waffe. Am Shop gekauft. GG. Dazu jetzt Sniper, oder? Ja, schon, ne? Man muss schon eine mitnehmen. Ja, hier oben beim Dingshaus. Ist oben im ersten Stock rumgelaufen. Ja, ich guck mal auf Stealth, ob ich den vielleicht snipen kann. Da sind noch keine Bots, ja. Safe Gegner erstmal. Der ist, glaube ich, zu schnell gelaufen. Rechts oben, ja? Ja, Dreierweste. Hat Hits. Er geht einfach peaken. Der hat 1 AP. Das ist so lächerlich. Er hat 1 AP. Macht einen Strike auf mich. Bin, glaube ich, tot. Ja. Hab ihn hier? Okay. Ich habe keinen Self mehr. Ich versuche, irgendwie zu dir zu kommen. Ich weiß absolut nicht, wo der andere sein könnte. Dann leg dich mal dahinter. Er hat Flash oder so gemacht? Ne, ne, die Bots. Achso. Da kommen halt jetzt die ganzen Bots hin, ne? Oh. Glaub da oben. Ja, ja. Hier oben ist er. Auf dem Marker. Den habe ich gecrackt. Er hat eine Dreierweste an. Gehabt. Wo ist der Marker? Ah, da hinten. Lass mich kurz heilen. Lass mich kurz heilen. Dann gehen wir ran. Der läuft hier. Rechts. Hab ihn. Ey, so gelasert. Geiles Ding. Wirklich. Alter, also RPK auf Midrange und so. Und generell Range auch. Fühlt sich gut an. Ah, ja. Fünf. Und rein da. Ja. Jetzt habe ich auch meine Wasnev dazu. Wichtig. Ein Auftrag hier irgendwo. Die Zone ist ja schon übel klein, ne? Weiß gesucht. Ja, das sind dann wieder zwei Zonen. Ah, ja. Okay. Verstehe. Bin ja gespannt, ob bei der Festzone mal wieder Team wartet. Ah, Schuss. Schießt auf jeden Fall. Ja, vor mir. Der ist runter gehüpft. Okay. Team Wipe. Da hat noch was geschossen hier drüben. Zwei. Einer hat Good Hits. Der hintere. Pass down. Ich nade mal. Der eine ist hinter dem weißen Auto. Der kriegt einen Airstrike ab. Hab ich. Wo ist der andere? Weiß ich. Mein Airstrike hat mich fast geholt. Ich sehe den anderen nicht. Wo ist der hingerusht? Ich werde nach hinten weg. Der schießt auch nicht. Straight vor mir irgendwo. Richtung der Tankstelle. Ah, der ist rechte Seite eher von der Tankstelle. Ich laufe mal rum. Ich sehe den nicht. Da ist Gas. Ich kann den nicht wegen Gas sehen. Ich sehe ihn. Hab ihn. Big Laser. Huh. Let's go. Ich habe immer noch keinen Rucksack. Das ist so schrecklich. Ich auch nicht. Muni-Kiste habe ich noch. Sniper-Muni kann ich weglegen. Ich habe so eine Heilpistole. Gib mir die Platten. Mann, Mann, Mann. Muss noch ein bisschen schneller gehen alles. Sichtweite ist ja so krass, wenn man so rein scoopt und dann einfach das Visier ein bisschen runter. Da oben hockt einer. Naja, haben wir gesehen. Aber da waste ich jetzt nicht mal einen Airstrike für. Da dreht mein PC auch gerade gut hoch. Ja, ne. Das macht keinen Sinn. Wollen wir da eine Drohne kaufen? Boah, Himmelswind, da wurde gerade einer gerest. Hm. Dann warte mal. Ich gebe dir mal mein Geld. Achso. Ich soll das probieren, ja? Du hast den Spaß vorgeschlagen. Warte, ich droppe dir aber... Äh. 3270, bitte. Ah, scheiße. Kannst du mir ein Stack zurückgeben? Einmal rechtsklick zurück. Alle ausschalten. Ja, okay. Und da soll ich jetzt vorrennen? Du musst doch mitkommen eigentlich. So ein bisschen auf Cover und Deckung. Ich halte dich von hier, Max. Oho. Ich hab dich. Alles gut. Meld mich. Da droppen gerade zwei. Ich hab dich. Schauen wir mal, ob das jetzt hier... Ah, wieder Risiko. Nur für eine Drohne. Da ist so ein riesengroßes Haus links. Achtung. Ganz schnell. Da ist keine drin. Ich geh ins Haus. Komm, wir nehmen das ein. Hier oben hockt bestimmt ein Team. Wir müssen doch jetzt eh los. Hier so eine Kiste. Warte mal. Ich hab AR und... Ihr wurd geretzt? Äh. Da ist er weg. Cracked. Von links schießt er auch noch auf uns. Er ist hier hinter der Mauer. Auf der Lauer. Hat mich fast. Er hat mich. Kannst du bitte machen? Kannst du es kurz selfressen? Da kommt noch ein Team. Heimlich. Auf der Brücke oben. Einer down. Der war full. Okay, geil. Aber kein Team Vibe. Hier ist auch Leichen. Loot ganz viel. Der Mörser. Self. Knall mal vor uns den Mörser. Wo ungefähr? Auf die Brücke oder was? So. Ich seh deinen Marker nicht. Meine Minimap ist auch weg. Warum ist deine Minimap weg? Jetzt. Ah, dahin. Okay. Hab ich drauf. Ja, wenn man im Mörser ist, ist es einfach HOD weg. Ich hab halt kein Team Vibe bekommen, aber der war schon mal im Gulag gewesen, der Typ. Wollen wir links rum circlen? Willst du zu mir kommen? Einmal Luft schnappen. Okay. Ganz doofe Halle hier. In die blaue Halle hier. Ja, da wird was drinnen sitzen. Müssen wir langsam spielen. Ja. Ganz ruhig jetzt. Kann man da halt oben raus gucken bestimmt. Oh, Zone. Scheiße. Ey, ich... Um Gottes Willen. Sicher, dass hier wer drin ist? Man weiß es nicht. Wir müssen auch direkt weiter, ne? Wir könnten gucken oder direkt weiter. Alles frei. Okay. Dann loot ich hier kurz mal. Guck kurz, ob ich hier was sehe, ob was reinläuft. Da ist ein Gegner. Ja, wir müssen. Geradeaus oder links? Geradeaus, ja. Einfach jetzt schön... Köpper und rein. Kann den nicht brauchen? Nein, das geht nicht. Du kannst kriechen. Oh, dann schwimmt man. Oh, sogar mit STG schneller? Geil. Ich könnte Raider raushauen, ne? Hast du ein Rad? Mach. Also hier dieses Wurfding. Du stehst auf uns? Irgendwo von links? Links Haus, ganz weit weg. Ganz weit weg? Direkt hier drin ist einer. Hier drin ist einer. Hab ihn. Puh. Die Gegner, man. Das Radar war so wichtig, ne? Heil mich. Schneller. Wo gehst du lang? Ich will links den Fen zirklieren. Ist der Gegner? Ja, ja. Der hat aber bessere Position. Wir laufen hinter dem her. Da war irgendeine Mine hier. Der weiß, dass ich hinter ihm bin. Nein. Die reden. Die callen. Hier gehen ich noch. Wim Wasser, im Wasser. Marker? Hab einen. Ja, hier irgendwo der andere. Einer ist oben auf dem Dach. Ja, ja. Da hinten noch irgendwas. Hier unten drinnen, oder? Unten hat sich Self geholt. Wollen wir da rein? Ich stun, ne? Okay. Okay. Oben, oben. Habe oben down. Unten auch down? Geil. Haben beide. Im großen Haus noch. Ich habe ihn so Hipfire geholt. Es sind noch zwei Fullteams. Ei, nein. Der kann mich von oben sehen. Was macht der denn? Ja. Achtung, Achtung. Sollen wir los? Ich hab ne Gasmaske. Ja, lass los. Das ist doof. Sollen wir nicht vor? Sollen wir hier abwarten? Die husten. Die husten. Der ist runtergeflogen. Die Feiten. Habt ihr was? Oben drauf noch. Warte, hab ich. Die retten sich. Bam. Letztes Team. Let's go. Wir haben's. Nice. Schön, Max. Das ist es. Geiles Endgame. Geiles Ding. 10er hatte ich. Schön die 10er. Wenn es euch geholfen hat, natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr Bock habt, auch das Video bewerten. Hier kommen wir zum letzten Warzone Video. Da gibt's noch die Socials und generell in der Beschreibung mal vorbeischauen. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Danke, dass ihr bis zum Ende am Start wart. Haut rein und bis zum nächsten Mal.